Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MakeFinance. Mein Name ist Manuel Kempf und heute kommen wir zum Video der drei kaufenswerten Aktien im Monat August 2024. Die Unternehmen kommen hierbei aus Dänemark und aus Deutschland. Sie sind in der Branche des Basiskonsums sowie Industrie und Technologie angesiedelt. Sie bezahlen seit mehreren Jahren eine Dividende und nun viel Spaß dir beim Video. Diese Brauerei kam unter die Räder, da das Russlandgeschäft von Putin zuletzt verstaatlicht wurde. Beim Blick aufs Jahreschart ist der deutliche Kursabschwung auch zu sehen. Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, haben einen Kursverlust von 18% bei der Aktie erlitten. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 15,7 Milliarden Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell mit 15,8 unter dem 10-Jahres-Wert von 19,8. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 1,6 derzeit unter dem 10-Jahres-Schnitt von 1,8. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 4,5% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 1,4%. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 3,13%, wurde seit 15 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Flow von 39,1%. Gezahlt wird die Dividende einmal im Jahr. Das Unternehmen kommt aus Dänemark, ist in der Branche der Basiskonsumgüter und hier im Bereich Getränke aktiv. Der Trader Fox Qualitätsscore kommt auf 4 Punkte, der Dividendenscore erreicht 9 Punkte. Beim Wachstumsscore kommt das Unternehmen auf 2 Punkte und im Robustheitscheck schneidet die Aktie mit 11 Punkten ab. Das vorgestellte Unternehmen ist Carlsberg. Schauen wir uns die Aktie im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf der Dividende liegt diese bei 0,97, beim Gewinn bei 0,38 und beim Umsatz bei 0,77. Der Maximalwert ist 1,0. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in Blau liegt bei 1,600 dänischen Kronen, der Fair Value bereinigt in Orange bei 938 dänischen Kronen und der Fair Value des Umsatzes in Grün bei 790 dänischen Kronen. Und in Schwarz siehst du den Kursverlauf über die Jahre. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignet sich am besten der faire Wert der Dividende und des Gewinns zur Bewertung der Aktie. Die Carlsberg-Aktie ist gemäß des Aktienfinder.net derzeit unterbewertet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen in Dänemark. Carlsberg ist einer der größten Brauereien der Welt. Man besitzt ein breites Markenportfolio. Neben Carlsberg und Tuborg, beide aus Dänemark, Kronenburg aus Frankreich, Saumersby-Seido und Grimbergen aus Belgien. Putin verstaatlichte das Russlandgeschäft der Brauerei, was zuletzt für eine Milliardenabschreibung bei dem Unternehmen führte. Der CEO ist Jakob A. Rob Andersen seit 2023. Zuvor war er CEO bei ISS, einem börsennotierten Unternehmen im Bereich Facility Management in Dänemark. Und bei Carlsberg arbeiten weltweit 41.000 Mitarbeiter. Wenn dir das Video-Format gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, die Glocke aktivierst und das Video likest. Vielen Dank für deine Unterstützung. Kommen wir zur zweiten Aktie. Diese Industrieaktie automatisiert die Intralogistik in Unternehmen. Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir uns auch in das doch hastig in den überverkauften Bereich hinbewegen. Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, haben einen Kursverlust von 11,7% bei der Aktie erlitten. Die aktuelle Marktkapitalisierung kommt auf 3 Milliarden Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell mit 9,8, deutlich unter dem 10-Jahreswert von 15,1. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 0,54 liegt ebenfalls unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 0,76. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 9,6% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 8,8%. Die Dividendenrendite liegt bei 2,54%, wurde seit drei Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cashflow von gerade einmal 19,7%. Gezahlt wird die Dividende einmal im Jahr, das Unternehmen kommt aus Deutschland und ist in der Branche der Industriewerte und hier im Bereich Maschinenpark angesiedelt. Der Trader Fox Qualitätsscore kommt auf 13 Punkte, der Dividendenscore erreicht 10 Punkte, der Wachstumsscore lediglich 4 und im Robustheitscheck schneidet die Aktie derzeit gerade einmal mit 2 Punkten ab. Die vorgestellte Aktie ist die Jungheinrich-Aktie. Schauen wir uns die Aktie im Aktienwinder an. Die Stabilitätszahlen auf dem Umsatz liegt diese bei 0,95, auf der Dividende bei 0,93 und beim Gewinn bei 0,89. Die Bewertung nach dem Fair Value bereinigt in Orange liegt bei 37,53 Euro, der Fair Value der Dividende in Blau bei 34,27 Euro und der Fair Value des Umsatzes in Grün liegt bei 32,42 Euro. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Die Jungheinrich-Aktie ist gemäß des Aktienfindernet derzeit unterbewertet. Jungheinrich wurde im Jahr 1953 gegründet und der Hauptsitz befindet sich in Hamburg in Deutschland. Jungheinrich ist ein führendes Unternehmen im Bereich Intralogistik und Materialflusstechnik. Zum Produktportfolio gehören Gabelstapler, Hubwagen, Schubmaststapler, fahrerlose Transportsysteme und automatisierte Lagerverwaltungssysteme. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern weltweit aktiv und gehört zu den Top 3 weltweit im Bereich Flurförderfahrzeuge. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich seine globale Präsenz durch neue Tochtergesellschaften und Partnerschaften. Der CEO ist Lars Brzozka seit 2019. Er ist seit 2014 bei Jungheinrich aktiv und bei Jungheinrich arbeiten weltweit 21.117 Mitarbeiter. Schauen wir uns die dritte Aktie an und diese kommt aus dem Bereich Technologie. Die Investoren, die seit einem Jahr investiert sind, können sich noch über einen Kursgewinn von 3,2% freuen. Die aktuelle Marktkapitalisierung kommt auf 5,1 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis liegt mit 18,8 unter dem 10-Jahreswert von 22,8. Das Kursumsatzverhältnis liegt aktuell mit 0,78 unter dem 10-Jahreswert von 0,87. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 14,4% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre kommt auf 10,3%. Die Dividendenrendite beträgt 1,74%, wurde seit 23 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf den Free Cash Low von 21,2%. Gezahlt wird die Dividende einmal im Jahr, das Unternehmen kommt aus Deutschland und ist in der Branche der Technologie und hier im Bereich IT-Dienstleistungen tätig. Der TraderFox Qualitätsscore erreicht 12 Punkte, der Dividendenscore kommt auf 8 Punkte, der Wachstumscore auf 7 Punkte und im Robustheitscheck schneidet die Aktie mit 4 Punkten ab. Das vorgestellte Unternehmen ist Bechtle. Schauen wir uns Bechtle im Aktienfinder an. Die Stabilitätszahlen auf dem Umsatz liegt diese bei 0,97, auf den bereinigten Gewinn bei 0,95 und auf der Dividende bei 0,93. Die Bewertung nach dem Fair Value der Dividende in blau liegt bei 57,17 Euro, der Fair Value bereinigt in orange bei 49,85 Euro und der Fair Value des Umsatzes in grün liegt bei 45,44 Euro. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Je nach ist die Bechtle-Aktie derzeit unterbewertet. Bechtle wurde im Jahr 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Heilbronn in Baden-Württemberg. Bechtle ist eines der größten IT-Dienstleister in Europa. Man bietet eine breite Palette an IT-Dienstleistungen an, wie zum Beispiel IT-Beratungen, Cloud-Lösungen, IT-Security und Softwareentwicklung. Zudem vertreibt Bechtle IT-Hardware und Software von führenden Herstellern. Und ich habe arbeitsbedingt auch ein Gerät von Bechtle. Bechtle ist in über 14 europäischen Ländern präsent und hat mehr als 80 IT-Systemhäuser sowie mehrere E-Commerce-Gesellschaften. CEO ist Thomas Ollemutz seit 2008 und Bechtle hat 15.159 Mitarbeiter. Schreib mir deine Meinung zum vorgestellten Video gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich wünsche dir gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.